Und auch das kann und muss hier gesagt werden. CDU und CSU haben nicht nur erheblich an Stimmen verloren, sondern sie haben tatsächlich auch die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger bekommen. Sie sollen jetzt nicht mehr in der Regierung sein, sondern in die Opposition gehen. First, my idea is that we will be very fast in getting a result for this government and it should be before Christmas, if possible. On the other hand, you should know Germany always has coalition governments and it was always stable.